Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 12. Juni 2013. Mein Name ist Norbert Giesow. Auch als Astrologe sieht man die Dinge aus einem subjektiven Blickwinkel. Also man schaut sozusagen von der eigenen Prägung und den eigenen Erfahrungen heraus. Anders geht es ja auch nicht. Ich hatte ja gestern erzählt, dass die laufende Venus in Opposition zum Plutostand steht. Also das war heute um Mitternacht exakt. Natürlich ist sie noch im Aspektbereich. Und da wir hier oben im Norden von bis jetzt von den Überschwemmungen verschont geblieben sind, ist mir gar nicht so in den Sinn gekommen, dass natürlich Venus Pluto auch der Verlust oder der drohende Verlust von Eigentum und Sicherheit bedeuten kann. Also für diejenigen, die mich aus Überschwemmungsgebieten sehen oder hören oder im Nachhinein. Auch das ist eine mögliche Entsprechung von Venus Pluto. Vor dem Nichts stehen oder etwas verlieren. Letztlich natürlich auch, um immer wieder herauszufinden, was ist eigentlich wirklich wertvoll in meinem Leben. Damit will ich keinen Schicksalsschlag kleinreden. Aber häufig verlieren wir uns darin, uns mit Dingen zu identifizieren oder zu verhaften, den wir einen größeren Wert beimessen, als er es tatsächlich hat. Um gleich dabei zu bleiben, heute, bzw. in der Nacht zum Donnerstag, ist dann die Venus im Quadrat zu Uranus. Hier kann es zu plötlichen Veränderungen kommen. Beispielsweise können manche von den, vielleicht als katastrophal angesehenen Umständen, auch eine unerwartete Wendung nehmen, vielleicht möglicherweise auch zum Positiven. Auf einer grundsätzlicheren Ebene kann man sagen, Venus Pluto hat auch mit Freiheit zu tun. Wo fühle ich mich eingeengt, gerade auch in Beziehungen, aber auch natürlich in der Hinsicht, was mit Werten und Geld zu tun hat. Ist vielleicht mein geringes Selbstwertgefühl mit dafür verantwortlich, dass ich mich nicht befreien kann. Oder aber fehlt mir das Geld. In diese Richtung können wir durchaus einmal schauen. Der Mond als Tagesanzeiger der Energien ist heute um 7 Uhr, also nicht lange her, ins Zeichen Löwe gewechselt. Wir sehen hier, er ist noch im ersten Grad des Löwen. Mond im Löwen ist nach den Tagen in dem Krebs ein Feuerzeichen, eine sehr kraftvolle Stellung. Mond im Löwen fordert von uns, mehr aus dem Herzen heraus zu leben. Und auch das, was wir in uns empfinden, zum Ausdruck zu bringen. Während das im Krebs sozusagen oft auf dem privaten, vertrauten Bereich bleibt, dort in diesem Bereich bleibt, möchte der Löwe herausgehen, wie seinen Herzensimpuls in die Welt hinaus tönen. Also auch ein Zeichen Mond im Löwe, wo können wir mutig sein, wo können wir uns trauen, kreativ zu sein, wo zeigen wir uns und wo ist es möglich, in unserem Leben tatsächlich den Weg oder Abzweiger zu nehmen, wo mehr Herz ist. Hier aktuell heute der Mond im Quadrat zum Saturn, heute um 17.40 Uhr perfekt. Das heißt, der kreative Output, das sich wohlfühlen, das ins Herz kommt, kann von Zwängen und Ängsten und Pflichten, Verantwortung in gewisser Weise kurzfristig behindert werden. Andererseits kann hier natürlich auch etwas Produktives bei herausspringen. Am Freitagnachmittag wechselt dann der Mond ins Zeichen Jungfrau. Also heute und morgen Mond im Löwen. Vielleicht gelingt es uns ja auch, die große Chance des Lebendigseins zu erkennen. Gut, bis dahin, einen wunderbaren Tag und bis morgen.